hey o leute willkommen auf meinem kanal ich bin der mvg mehr und heute haben wir mal in rekordzeit poseidon kraftwerk neu gestartet und dazu haben wir noch hinterher ein zweites event abgeschlossen wo wir unser gebautes verteidigen konnten ich wollte mal sehen was man da so als baupläne und sowas kriegt weil ich habe ja immer noch nicht alle aber das werde ich jetzt nach und nach nachholen habe jetzt auch wieder ein bisschen mehr zeit dafür das heißt ich werde jetzt im abstand von ein zwei tagen oder im abstand von zwei tagen genau werde ich immer ein neues video hochladen lasst auf jeden fall mal ein like da abonnieren nicht vergessen und nicht vergessen wenn hier mein schatz die da gerade im hintergrund ist ihre zehn abonnenten drauf hat kommt der nächste live stream auf ihren kanal da mache ich natürlich mit das für mich dann nämlich auch und wenn wir meine 100 abonnenten voll haben kommt bei mir auch ein live stream mit verlosung also 100 abonnenten special würde mich freuen wenn ihr auf jeden fall dabei seid bis dann bin dann mal raus tschau liebe leute dann wollen wir heute mal poseidon neu starten dann gehen wir mal als erstes los und ja 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 So. 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 In dem Ding müssen wir hier fast alles haben. So. 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 aber eigentlich noch nicht ganz okay dann werden wir erstmal wasser trinken und wir sind was zu mampfen wäre auch nicht schlecht und natürlich gleich wieder durchsuchen super dann geht es jetzt weiter das ist das anfänger kraftwerk übrigens also wenn ihr gerade mal level 10 seite oder so Witzen sind schwierig aber machbar weiter gehts dann wäre es mal unten rum ok da ist dann oben normalerweise ist ja alles voller gegner heute aber irgendwie nicht war wohl schon jemand hier da vorne ist noch was kaputt ist der ist auch heiler die 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 5 Minuten noch. So ist hier noch irgendwo was da. Weiter geht's. Na, ob wir dort shoppen. So. Oh, ey. Heile machen. In der kurzen Zeit haben wir nicht mehr die Zeit für irgendwelche großen Sachen. Also übernehmen wir das noch notdürftigerweise. Ah. Ah. Ja. 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 So, weiter geht's. Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.